Wie wichtig die Leute auf der Baustelle sind, das Allerwichtigste. Das ist die Produktion. Wenn die Produktion steht, können alle anderen nach Hause gehen, anschließend ich. Es geht ja los bei dem an der Schippe, sagen wir immer so schön, den Bauhelfern, Entkernern, alle die da einen Riesenjob jeden Tag draußen machen, da können wir nur wirklich immer wieder Danke sagen. Wenn es gerade irgendwie geht, versuche ich mit den Jungs ein bisschen zu quatschen, habe kürzlich, gar nicht lange her, zwei Wochen Mittag gegessen mit Balu, wo du erst mal wieder was so los ist und so und das sind ja tolle Jungs und diese ganze Riege, die machen Hagedorn aus und die sind das Fundament und sind das Rückgrat der Firma. Ohne den geht nichts und das sollte bitte keiner vergessen.